Hallo Fans, schaut euch an, was Emre Ken gesagt hat, aber zunächst einmal, wenn sie ein treuer Fan von Borussia Dortmund sind und mehr Informationen wie diese möchten, empfehle ich, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Da ich alle Neuigkeiten verfolge und sie hier aus erster Hand auf dem laufenden Halt sind, zurück zum Thema, im letzten Rennen um den Bundesligameistertitel liegen die Bayern einen Punkt vor dem BVB. Bei drei verbleibenden Saisonspielen muss Borussia Dortmund daher auf einen Ausrutscher des Münchner Konkurrenten hoffen. Emre Ken hat nun verraten, wie er die Chance auf den ersten Meistertitel seit der Saison 2011-12 sieht, doch da die Bayern mit einem Punktvorsprung in die letzte Bundesliga-Runde gehen, braucht der BVB gleichzeitig einen Ausrutscher vom bayerischen Hauptstaat-Rivalen. Emre Ken ist jedoch davon überzeugt, dass Dortmund noch Chancen auf den neunten Titel seiner Vereinsgeschichte hat, es sind noch neun Punkte zu holen. Ich denke, dass wir das noch schaffen können. Daran glauben wir in der Mannschaft. Es ist noch viel möglich, sagte der 29-Jährige am Montag bei Brinkhoffs Ballgeflüster, dennoch kenne der deutsche Nationalspieler die Situation an der Tabellenspitze gut, betonte er. Es wird schwierig. Zuerst müssen wir die verbleibenden drei Spiele gewinnen, aber die Bayern auch, ergänzte der klarer agierende Mittelfeldspieler, mit der 6-0-Gala gegen den VfL Wolfsburg habe der BVB zusätzliches Selbstvertrauen gewonnen. Machte Ken deutlich, das war wichtig. Das war ein Statement, das könnte man so sagen. Ich denke, wir waren sehr gut. Es war ein sehr wichtiger Sieg. Mit den Fans hier in Dortmund sind wir sehr schwer zu schlagen, schon vor dem Spiel habe er sich gut gefühlt, verriet Ken mit einem Lächeln im Gesicht. Ich persönlich habe gesagt, lasst uns sie K.O. schlagen, verriet er. Damit Sie keine Informationen wie diese mehr Flecken hinterlassen, hinterlassen Sie ein Like auf dem Video, damit YouTube weiterhin Videos für Sie teilen kann. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit Sie keine Neuigkeiten von unserem Team bemerken. Und das ist eine Umrüstung und ein Abschied.